Conventa Spezial, wir sind jetzt im Außenbereich und sind zu Gast beim Skoda und Suzuki Autohaus Henkel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Hallo. Hallo Herr Tschirner. Sie sind natürlich auch jedes Mal traditionell hier bei der Conventa dabei. Was sind denn immer Ihre Erwartungen? Unsere Erwartung ist natürlich einmal die Region ein bisschen zu stärken, bekannter zu machen, natürlich auch unsere Leistung bekannter zu machen und sicherlich den Kunden die Zeit, die sie hier zubringen, so angenehm wie möglich zu gestalten. Sie sind mit neuen Modellen am Start. Das ist richtig. Wir können also ganz stolz den neuen Vitara präsentieren. Das gegenwärtig sicherste Auto, das Suzuki je hatte, hat gerade erst seine 5 Sterne im Euro NCAP-Test bekommen und zwar schon nach der neuen Testnorm. Wir haben den neuen Suzuki Selerio da, wir haben den neuen Fabia Kombi am Stand und wir haben die ersten aktuellen Informationen zum neuen Superb, den wir dieses Jahr im Juni noch bekommen werden. Das Thema Sicherheit steht in diesem Jahr bei Ihnen ganz besonders im Vordergrund. Genau so ist es. Wir haben zum Beispiel hier ein Fahrzeug, bei dem serienmäßig sieben Airbags verbaut sind und wir haben dieses Jahr in den Fokus gestellt, dass man sich vielleicht auch mal mit dem Thema Sicherheit, die das Fahren umgibt, die den Fahrer umgibt, mal live beschäftigen kann, indem man zum Beispiel mal in einem Überschlag-Simulator die Situation nachstellen kann, was passiert, wenn es zu spät war. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch. Kein-t puedes ver. Ku trink. Kein-t révach. Schule.